SIEWIS, GRIETZIE UND ALLO, ALLE MITEHANANTA, HIER BEI UNS, AUF DEM WUNTER SCHÄEN KANAAL, BEI BENI UNSTEVE. WIER SAHN WIER ZUSAMEN, HIER IST DER STEEV UN BEI MIER IST DER WUNTERPARE BENI. Ja, Hallöschö. Ja, mein tolle Spiel am Start, und zwar ist es Death in the Water. Jeder, der so ein bisschen Schiss im Wasser vor Haien hat, ist mit dem Spiel perfekt beraten. Wir haben es uns für einen ganz schmalen besorgt irgendwie, und wir gucken mal rein. Also, seid mit uns, ab ins Wasser, und diesmal wird Benni spielen. Also lehne ich mich entspannt zurück. Toll, toll, ne, das schaffen wir mal, mal gucken, was uns hier erwartet. Also, pass auf, Benni, du bist, ich weiß, du bist ein Taucher, und du musst dich quasi erwähren. Und zwar Haiangriffen erwähren. Ich weiß nicht, warum du auf dem Boden bist, warum du auf dem Tauchst, etc., ich hab keine Ahnung. Oh, ich übernehme mal direkt die Steuerung. Und wir wissen, was nicht besonders cool ist. Oh, 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 oh. Du musst, du musst, du musst den Hai töten, und musst aufpassen, dass du selber nicht getötet wirst, wobei man wirklich sagen muss, äh, äh, dass das absolut zu verabscheuen ist, irgendwie. Ah, ich komme hier nicht weiter. Geweck, ist er tot? Die Haie sind wirklich fantastische Tiere, irgendwie, aber es ist ein digitales Ding hier irgendwie, der Hai ist nicht echt, deswegen versuchen wir einfach mal den Spaß ein bisschen dran zu haben, wer das in echt würde es verteufeln. Also, Benni hat jetzt gerade seinen ersten Hai getötet, und, äh, jeder, der eins an eins zusammenziehen kann und ein bisschen Biologie in der Schule hatte, weiß, dass Haie vom Blutgeruch angezogen werden. So, und nachdem Benni jetzt den ersten Hai getötet hat, wird es wahrscheinlich kuschelig, und wir hören schon die grauenhafte Musik im Hintergrund. Weck da! Nuh, 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 nuh. Und Benni, jetzt den Jürth? Äh, ja, ich bin gar nicht gestresst. Ich, äh, 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 sag mal, ist es hier eigentlich jetzt nur ein Kreis? Ich dachte, ich kann ja auch noch so ein bisschen so die Flora und Fauna entdecken und, und... Wusstet ihr Scheiße? Ja, die einzel Flora und Fauna, die du entdecken wusst, ist quasi die hier in dem, ihr bist, das heißt, irgendwie. Geweck, Geweck, oh, Geweck da! habe ich unendlich munition das war so aus und du hast den zweiten getötet ich kann da oben schwimmen warum sagt mir das keiner ich will da oben schwimmen ja ja es ist halt nicht nur ein hai der da kommt meine maus ist sehr sensibel eingestellt ich muss mal ganz ja es sind zwei könnte man sagen ich stelle gerade meine maus falsch ein jetzt kommt die rache der haie jetzt kommt die rache der haie weil die kuppel getötet hast bin ich habe gerade nur zwei die seine dinge ist auf 64 ich krieg die alle meine maus ist noch falsch eingestellt sie ist zu sensibel nein wieder der falsche knoppt du bist doch ziemlich leise wenn ich verstehe dich kaum was ich bin leise ich schreibe ich sag mal du bist am arsch benny bist aus ganz 61 61 wenn ich für mich stehe ja du ich versuche Geh weg! Geh weg! Und alle wollen sie ein Stück von dir haben! Geh weg! Wir sind... Mein Aim ist so scheiße! Nein! Nein! Pfui! Pfui! Warum tut es dem eigentlich nicht weh? Warum blutet denn der nicht so? Geh weg! Geh weg! jokes! Ich komm hier nicht weg! Ich komm hier nicht weg! okay wir Şimdi, du hast schon vier Haie... ...getötet! glory nosso Hallo! Bendy, ich bin hier immer... Warum komme ich hier noch an die Ecken? Nein! Freeze! 45% zu leben! Nein, nein, Böse Hai, Böse Hai, Böse Hai, du bist ein vegetarischer Hai. Nein, Böse Hai, sechs Heier hast du schon, Nenni. Wäre ja mal interessant, was hier der Rekord ist. Könnt' ich da drüben nur noch piepsen. Ja, du, ist, äh, spannendes Spiel, spa- Ja, willkommen beim Jacques Cousteau Simulator 2021. Oh, krass. Okay, Benni, also, der Indikator ist natürlich, sobald die dramatische Musik ansetzt, war, sind die Hai halt nah. Ich weiß nicht, wie schnell du abhauen kannst. Gar nicht, ich drück die ganze Zeit irgendwie rückwärts, links, rechts, geradeaus, keine Ahnung. Oh, mich erschreckt. Vor dem Stein. Ja, ist er, ja, ah! Aber du hast schon sieben Hai. Ja, toll, 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 bleib unten, bleib unten. Ja, ich, ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann das nicht beeinflussen, das ist die Schlimme. Ich kann hoch, unten, kann ich nicht. Ach so, der geht automatisch hoch. Ja, ich kann nur vorwärts und links, rechts, geradeaus, aber nicht hoch, runter. Ich bin ja gespannt, ob da noch jetzt ein Megaloodon kommt. Ja, du, nee, ist klar. Ich finde, also ich finde, du machst die ganze Zeit... Oh, ah, 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 scheiße. Das ist doch einer. Ja, was, Alter, das ist einfach nur von Kavala. Da hast du keine Chance, keine Chance. Oh, krass. Also, mein, mein, mein... Oh, nee. Das ist doch einer. Also, ich finde, du schlägst dich hervorragend. Ja, du, ja, 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 ja. Wo kommt einer? Hallo. Ich weiß ja nicht, wie das ist, irgendwie, ob du, wenn du auf die Haie schießt, dass du die damit aggressiv machst, irgendwie, dadurch, dass halt immer mehr Blut im Wasser ist. Ja, das ist mir egal, ich will die einfach nur weghaben hier von mir. Ah, ah, ah. Ich wollte sich quallen. Jetzt kommt Quallen. Oh, war ja. Die Frage ist so grundsätzlich, ob man irgendwann gerettet wird. Oder ob einfach irgendwann ein viel, viel größerer Fisch kommt und einfach nur... Komm. Einfach so ein Wahl. Na, Wahl eher weniger. Also, ich plädiere, wenn noch, auf den Megalodon. Also, der wäre quasi so geil, wie ich sage, ich noch. Ja, schön. Megalodon, Court on Tape. Lasst mich in Ruhe. Da unten ist er. Uhu. Ach, hi, bis jetzt auf deiner Liste bin. Alter, ist das da ein Hai so gut? Lasst mich in Ruhe. Das fand ich schon wieder geil zu finden. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß, ich bin sexy und bin auch richtig appetitlich. Ah, ich komme hier nicht weiter. Oh, je, 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 je. Nein, nein. Böse Hai. Böse Hai. Du auch. Geh weg. Geh weg. Geh. Gehst du weg? Du sollst weg gehen, habe ich gesagt. Oh, vorsichtig. Oh, 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 oh. Lol, 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 lol. Oh, der, ey. Ich bin zehn Hai. Ah, oh, ah, zehn, nur noch zehn Prozent, nur noch. Oh nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin, ah. Panik. Oh, krass. Na, das ist ja mal ein Rudel jetzt, ey. Ein Schwarm. Ein Hai. So, da kann ich nur sagen, also mein, mein, äh, auf meiner Bucketlist steht wirklich noch einmal Hai tauchen, wa? Ja, du. Aber wenn ich das so sehe, dann sag ich eher, oh, nö, lieber doch nicht. Lieber doch nicht. So, jetzt stell ich mal vor, du spielst und überfeuert. Ja, ha, 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 nee. Oh, krass. Oh, Benni, ey, mega Nummer, ey. Zehn Stück geschafft. Boah. Respekt. Du erhältst von mir den Käpt'n Iglow und du erlegst das Füllstäbchen. Der Käpt'n Iglow. Oh, oh, oh. Das war ja mal gar nicht. Krasse Kiste, oder? Ey, das war wirklich heftig. Oh, Gott. Ja. Ich schwitze. Ja. So, so, nee. So, äh, jetzt, jetzt. Du bist so komplett fertig, wa? Ja, ja, warlig ohne Ende. Das ist, du bist nur unter Stress und musst hier irgendwie, äh, ja, die Haie wegkriegen. Und dann kommen hier noch so eine Quallen und so ein Kram. Das glaube ich dir. So, ich wollte nur sagen, wir haben in dieser Session zehn Haie getötet. Das sind einfach mal zehn zu viel, irgendwie, die jeder Mensch jemals töten sollte. Und damit verabschieden wir uns mit dieser dramatischen Musik im Hintergrund. Und sagen viel Spaß, wenn ihr nächstes Mal ins Wasser geht. Und euer Benio und euer Steve. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020